Wann kann ich hier raus? Sofort, wenn Mr. Stone das Lösegeld bezahlt hat. Wo liegt das Problem? Wie viel wollte er denn haben? Anfangs wollten wir 500.000 Dollar. Das ist nun wirklich kein Problem. Er hat sich beschwert. Beschwert? Dann sind wir mit dem Preis auf 50.000 runtergegangen. Und? Er hat nicht bezahlt. Er hat nicht bezahlt? Na und, was dann? Dann sind wir... Dann sind wir nochmal runtergegangen auf 10.000 Dollar. Kann es sein, dass ich das richtig verstehe? Ich bin herabgesetzt worden? Wieso denn? Ist ihr Sommerschlussverkauf? Ich bin gekidnappt worden und keiner bezahlt.